Ich werde jetzt mal ein bisschen still sein und auf jeden Fall kein Commentary bieten können, außer ein paar Geräusche. Oh, es fängt an zu laggen. Bin ich es? Oh oh, what the hell? Oh shit. Oha. Das geht ja mal gar nicht. Was ist denn hier los? Wir werden es gleich nochmal versuchen. Denkt dran, Stage ist definitiv Town and City. Der Pick wurde entschieden. Der Kampf danach wird Veltior gegen Aziru sein. Luma, du kämpfst gegen den Sieger der jetzigen Runde, die jetzt gestreamt wird. Ja genau, schließt mal den Stream, wenn ihr zuschaut. Äh, wenn ihr mitspielt. Beziehungsweise macht nur Pause. Nicht den Stream schließen. Ich will die Zuschauer. Also das erste Mal, dass ich gegen Sturm, Sturm abflagge. Ich gucke mal bei mir, ich habe nämlich auch nichts weiteres offen, bis auf den Stream. Nichts, was irgendwie Daten buffert. Amiibos mit, die gefüttert werden, sind dick broken. Eine Sekunde, ich gehe mal kurz auf meine, auf mein Dashboard. Oh shit. Also meine Streamqualität ist hervorragend, meine Datenrate. Eben, eben ist der Eskimo. Sturmapfel muss irgendwie mal die Pornhubs schließen. Ah, er hat Pornhub zugemacht. Okay, los geht's. Sturmapfel muss irgendwie mal die Pornhubs schließen. Sturmapfel sind ja gut. Sturmapfel sind ja gut. Sturmapfel sind ja gut. Und ich gehe mal die Pornhubs schließen. Okay, los geht's. Sturmapfel sind ja gut. Also wird es nicht zwei, die Pornhubs schließen. Und dann hört uns das. Sturmapfel sind ja gut. Dann starten wir mal die Pornhubs schließen. Dann können wir doch auch noch nieuggen. Und dann starten wir. Hi, wir brauchen die Pornhubs schließen. Sägen. In der Strategie. Sturmapfel ist ja gut. Gott, verdammt, das fängt wieder an zu laggen. Oh, was ist da los, ja, das wäre locker der Punish für mich gewesen. Oh, was ist da los, ja, das ist da los, ja, das ist da los. Was ist das für ein schrecklicher Lag? Sturmopfel, was ist los? Ja. 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 Oh, das war leider unglücklich. Oh nein, es geht da mich, äh, ich bane, das ist kurz zu überlegen, äh, ich muss kurz gucken, was ich bane, ich bane... Jetzt ist natürlich ein, ähm, das ist natürlich jetzt ein Spoiler, sorry. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht muss ich einen kleinen RSC-Chat öffnen für die Teilnehmer. Was ist das? Was? Okay. Okay. Und ja, ich habe weiterhin vor, öfter Turniere zu machen. Vor allem da spielt man gegen richtig gute Kämpfer, äh, gegen richtig gute Spieler und man will halt auch sein Bestes geben. Also ich bin der Meinung, dadurch wird man besser, schnell besser. Nennt man auch mehr als Friendlies. Aber ich habe auch Bock, ich sage mal so, zweimal die Woche ein Turnier zu machen. Ähm. Zwei Mal die Woche ein Turnier zu machen und dann, äh, einmal Friendlies. Also ich will schon drei, vier Mal die Woche streamen. Aber momentan mache ich es einfach jeden Tag, weil es mir noch so übertrieben Spaß macht. Oh, es ist ein Caption da. 1 Oh, 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 oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh!